Einen wunderschönen guten Tag meine lieben Freunde, hier ist wieder euer Jan und euer Oldie von Immer am Limit. Freut mich, dass du da draußen wieder mit dabei bist, um mit uns gemeinsam hier die Geschichte von Resident Evil 6 fortzuführen. Wir haben in der letzten Folge die jute Liss gefunden, die dann leider zum Zombie wurde im Fahrstuhl und die mussten wir dann auch vernichten. Ja, und Helena, die ist hier noch auf die Knie, was auch immer sie vorhat. Das ist angetan von meinen zwei Kanonen. Ja, hallo erstmal an alle. Ja, Hallöchen Jan, und jetzt geht's los. Wir müssen hier durch die Tür und auf geht's. Bozzalo kick, zack. Ah ja. Sie müssen zum Sicherheitstor, um den Campus zu verlassen. Ja, das kriegen wir hin. Ja, das sollten wir hinbringen. Vielleicht mit Schwierigkeiten, aber... Vielleicht noch hier einen kleinen Looterich machen, in der Hoffnung, dass wir hier noch irgendwas looten können. Kommst du klar? Hier nochmal kurzer. Jawoll. Hab ich ihm das gerade das Messer in den Rücken getreten? Kann das sein? Ich glaube, ich glaube ja. Oh, lecker Sushi. Sushi. Hast du Hunger? Nee. Nicht so. Was liegt hier? Ach, nee. Oh, da ist auch ein Zombie. Willst du nicht umfallen? Sieht so ein bisschen aus wie Shiva. Oh, hier hinten ist Munition, Digga. Wir haben ja nicht schon genug. Aber ey, Munition findet man echt viel. Das wundert mich echt. Das hat ja schon gar nichts mehr mit Resident Evil zu tun, wo man wirklich knapp bei Kasse ist, was die Munition angeht. Aber hey, komm, wir haben gesagt, wir geben dem Spiel noch eine Chance. Ja. Das hat ja nicht so den Hype vertragen damals. Viele waren enttäuscht von dem Spiel, aber hey, gehört zur Geschichte. Deswegen haben wir uns gesagt, komm, mach mal ein schönes Let's Play draus. Wir haben Bock. Absolut. Jan hat Bock, er kennt die Geschichte noch gar nicht, er hat es noch nie gesagt. Ja. Aber das ist noch ein Zombie und was Grünes. Hallo. Alter, die haut tatsächlich mit der Axt. Eine volle Rübe. Da gibt es erstmal einen Low Kick. Zack. Zack. Low Kick auf den Nass. So, Kopf weg. Bede, Bede weg. Und hier ist eine grüne Pflanze und eine rote haben wir hier noch. Oh. Jetzt mal rüberspringen und hier ist noch eine rote Pflanze. Nice. Können wir da... Alter, wie viel Leben habe ich denn jetzt bitte? Ja, geht schon. Ich habe neun und wenn ich es jetzt wieder in mein Inventar habe ich 15 Leben. Wo ist denn das rote? Wo ist denn das da? Das ist der Fahri. Ganz ehrlich. Auch im Straßenverkehr. Ganz ehrlich. Ja, ja, ist wichtig. Bist ganz schön blind. Absolut. Oh, hier kann man hochgehen. Oder auch nicht. Passiert aber nichts, wenn ich jetzt hier oben bin, oder? Kann man da rüber? Nee. Wo schießt denn du drauf? Auf die Luftballons. Ach so. Oh. Ja, vielleicht gibt es ja dann was. Nö. Also bis jetzt, ich habe schon drei weggemacht, passiert nichts. Ja, na. Wir haben ja genug Munition, so ist es ja nicht. Aber ein Einzelner. Gibt auch nichts. Nö. So, eine Rabe. Eine Rabe wollte mich. Beziehungsweise habe ich ihn erschreckt. Da sieht der... Ah, hier ist eine Unterluftballons. Na, vielleicht kann man die wirklich... Halt. Voll daneben. Muss aber los. Ist auch noch ein Einzelner. Oh. Nö, tatsächlich. Passiert gar nichts, ne? Gut, hier sind nur noch Luftballons. Ich weiß nicht, wenn man alle trifft, gibt es ja eine Überraschung. Man weiß es nicht. Wir probieren es einfach mal aus. Haben wir jetzt alle Luftballons? Also ich glaube, ich sehe keinen mehr, oder? Haben wir etwas übersehen? Ah, nicht wirklich. Lass es einfach weiterziehen. Ja. Okay, gibt es nichts. So, das Problem mit meinem ruckligen Charakter lag tatsächlich am Controller. Mal gucken. Ne, da war ich schon. Geht nicht. Ach, du warst schon. Ah. Vertrau mir halt. Hannigan, das Tor ist verschlossen. Können Sie helfen? Leider nicht von hier. Ja, war klar. Versuchen Sie es im Mitarbeitergebäude hinter der Tribüne. Da müssten die Schlüssel sein. Ja. Wir sind hier wahrscheinlich auf dem Campus. Studentdurn. Lecture Theater. Also Bibliothek, denke ich mal. Leon. Ja, doch. Bin auch schon unterwegs. Ich spike. Lassen Sie es jetzt bestimmen. Man weiß nie, was einen erwartet. Verstanden. Gute Arbeit. Oh, hier ist wieder Munition. Es gibt es doch gar nicht so viel Munition. Oder draußen sind auf jeden Fall auf dem Fußballplatz und da einige Zombies. Hier ist wieder Munition. Und was? Wo? Ach da. Entweder geht es hier jetzt gleich richtig ab oder, ähm, keine Ahnung. In jedem Fall gibt es hier wieder so eine Gasflaschen. Hier geht es aber auch nicht weiter, oder? Ach doch, da hinten. Ja, wir sind geschäubert. Oh. Oh, alle haben Anlage. Das ist richtig blöd. Wir machen Lärm. Das heißt, die werden jetzt angelockt. Und das sind einige Zombies, würde ich sagen. Also da haben wir jetzt bestimmt was zu tun. Wir kommen nicht raus. Ich hab's gleich. Ein Augenblick. Oh, von. Hier am besten in die Ecke. Oh, hier ist wieder Grünzeug. Wo war der Grünzeug? Hier. Oh, hier sind viele. Das schaffen wir nicht. Jetzt wissen wir, wo die Infizierten gesteckt haben. Also auch immer. Ja. 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 Du musst mal gleichzeitig L1, äh, deine Schusstaste und die Anvisiertaste drücken. Da machst du eine richtig geile Kombos. Was den Schießen angeht. Wir müssen hier raus. Ich hab's was. Ja. Ja. L2 und. Geil. Und aufs Glied. Was ist hier, wenn ich da drauf schieße? Ah. So, wir können da raus. So, wollen wir noch ein bisschen schießen. Ich meine, irgendwann geht uns auch die Munition aus, glaube ich. Ach ne. Wir gehen hier, wir gehen hier schon. Wir gehen hier schon. Führ zu. Sehr gut. Sehr gut. Das war doch mal nice jetzt. Ja. Ja, das stimmt. Und ich hab auch noch ein bisschen Munition hab ich noch. Ah. Ah, man kann immer nur ein Balken auffüllen mit deiner Gesundheit. Okay. Okay. Okay, jetzt hab ich vier Dinger verbraucht, um jetzt wieder voll zu sein. Okay. Ah, der sieht mir auch so aus, als wenn der... noch ein paar Schüsse in den Kopf vertragen könnte. Die liegt noch Munition, ich hab die Schublade aufgemacht. Braucht jetzt auch, ja. Können wir hier am PC irgendwas machen? Nee. Die Tür ist eingesperrt, kann das sein? So sieht das aus, ne? Nee, hier ist die Tür. Echt? Ach, da hinten. Ah, okay. Ist ja weit vor Bäume und so. Haha. Okay. Muss irgendwo ein Schlüssel sein, sehe ich zumindest. Oh. Hallo. Oh, guck mal, was da drin ist. So, ah, das sind wieder diese Schlangenabzeichen. Okay, das ist damit gemeint. Ich wusste gar nicht, dass das Schlangenabzeichen heißt. Okay. Geht's, geht's wohl hier hinten weiter. Ja, denkst du, wa? Nice. Oh, da hinten liegt was, da blitzt was. Aua. Karte. Oh ja, der Kopf war weg. Mal Tablette eingeschmissen, jawohl. So, und jetzt müssen wir auch, da hinten ist noch Munition. Nice. Jetzt müssen wir wahrscheinlich zurück, oder? Da geh ich mal von aus, ne? Hier geht's ja nicht weiter. Ja. Oh, Sommi bei mir. Hör. 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 Ah ja. Gut, ist mal das Hirn weggetreten. Ich hab irgendwie, äh, da war was. Hast du aber auch was aufgenommen? Ja, 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 ja. Alles gut. Hier ist auch wieder ein Gegner. Ach, okay. Achtung. Es fährt ein. Ja. Mit dem, der geht bestimmt auch gleich. Ja, muss ich doch. Hör. 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 Lol. Nice. Das war geil. Also hier, wenn du, wie gesagt, anvisieren und deine Schusstaste gleichzeitig drückst, dann machst du eine spezielle Kombo, was das Schießen angeht. Das ist cool. Musst du mal machen. Jetzt zum Beispiel. Das ist dann, wie sieht der automatisch an und... Nicht schlecht, ey. Okay, ich weiß nicht, können wir hier raus? Nee, hier können wir nicht raus. Das fährt schon ein, ey. So ein Wrestler. Das gibt's schon nicht. Low Kick. Ah, Mist. Alles gut bei dir? Ja, jetzt. Jawoll. Das ist besser. Was ist denn da, wie geht denn das jetzt? Was? Na, heilerig. Na, eher eins. Stimmt. Ah, nice. Got it. Hafe Braut, ne? Aber echt. Ich hab keine Muni mehr. Super. Schade, ich kann dir jetzt nichts geben, ne? So. Wo müssen wir hin? Da hinten hin. Ah ja. Da hinten. Einfach mal Low Kick. Zack. Oh, jetzt find ich natürlich wieder keine Muni, wo ich welche brauche, wisst du? Das ist echt lustig, ey. Oh, und jetzt können wir hier rein. Das ist gut. Ja. Bip, 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 bip. Oh. Hatte halt keine andere Möglichkeit. Ja. Hier drinnen muss irgendwie was abgehen. Jawohl. Weg ist er. Muni? Jawohl, Muni. Zehn Schuss auf Nass. Ah ja. Und nochmal Muni. Super. Hier hinten müssen wir lang. Ja. Gut ist hier nix mehr. Ah, hier ist auch noch einer. Ich kriege doch noch kurz ne Backpfeife. Ich kriege doch noch eine. Oh, 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 oh. Lag doch noch Muni, oder? Kann sein. Da. Ich muss einfach an die Tür rangehen, ja. Ja. Sauber. Halt ganz schön was aus, die Zombies. Oh, er schmeißt was. Boah. Alles gut bei dir? Ja, du musst mir helfen. Boah. Dann jetzt? Boah. Achtung, Zombies kommen. Oh, von hinten auch. Ich glaube, wir müssen hier schnell weg. Aber ich habe keine Muni mehr. Und er beißt nicht. Ja, zum Kotzen. Boah. Boah. Scheiße. Kann ich dich dann heilen? Gar nicht. Bin tot. Okay. Einfach. Da müssen wir aus der Gasse raus. Hier ist ein Kling. Bam. Bam. Ja. Ich könnte erst mal mit dem Knüppel eins oder rübe. Und nochmal Muni. Nice. Mal nachladerisch machen. Und noch einer. Und Axt über den Schädel. Jawohl. Sehr gut. Super. Okay. Hier müssen wir wahrscheinlich Türmen. Gerichte rechts. Superstar. Laufen Sie. Ja, wir müssen laufen. Zack. Kommst du? Ja, ich, äh, man hat mir gerade beigestellt. Ja. 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 Mist, kein Schlüssel. Ähm, sicher. Schlüssel? Sonnenblende. Hab ich ja schon. Handschuhfach. Nein, nichts. Kino sieht sowas. Moment. Da, der Schlüssel. Jawoll. Hinter uns ist nichts. Rückwärts. Angeschnallt? Ja. Auf geht's. Sehr gut. Das ist ja so eine Quicktime-Events, weißt du? Musstig machen. Den Campus hätten wir. Jetzt müssen wir noch durch die Stadt. Ohne getötet zu werden. Aber wer ist denn da? Oh nein. Jawoll. Nein. Uh, Mist. Mist. Brüßt mir aus der Seele. Okay, wir müssen wahrscheinlich in den Kanalisation rein. Wie kommen wir jetzt zur Kathedrale? Na ja, es gibt dann noch einen unterirdischen Weg. Wie Abwasserkanäle. Toll. Ach, da müssen wir wo rein? Wo gehen wir da rein? Ah, jetzt. Ladies first. Ich komme hinterher. Vielen Dank. Okay. Oh, hallo. Alles okay. Oh. Was ist los? Mögen Sie keine Kanäle? Kommen Sie. Wir müssen zur Kathedrale. Dann erzähle ich Ihnen alles. Ich werde alles korrekt. Alles, was wir über den Vorfall in Raccoon City wissen. Aber Herr... Die Öffentlichkeit zweifelt an meinem Willen, die Wahrheit ans Licht zu bringen. Ich verstehe Ihre Bedrohung. Ich verstehe Ihre Bedrohung. Fakten offen zu legen, verursacht oft zusätzliche Probleme. Eine Lektion, die ich beim Militär lernen musste. Bio-Organische Waffen sind eine globale Bedrohung. Und wir tragen Mitschuld daran. Wir müssen Farbe bekennen. Und mit allen Nationen zusammenarbeiten, wenn wir überhaupt eine Chance auf Erfolg haben wollen. Sie kann immer auf mich zählen. Jederzeit. Ihre Freundschaft war mir immer wichtig, Leon. Es wird Zeit, Verantwortung zu übernehmen. Dieses Chaos zu beenden. Das wird kein Spaziergang. Glaube ich auch nicht. Ja, Ned. Beeilen wir uns. Uns bleibt nicht viel Zeit. Das wird aber ein Haarstück Arbeit. Glauben Sie mir. Ich weiß. Ekelhaft. I. Du hast deine Füße im Pipi. Ja. Ja, Pipi-Füße. Lass mich auch. Hm. Echt eklig. Hier sind auch Ratten. Munition. Schmeckt. Dann wahrscheinlich hier durch. Alles klar. Schauen wir mal. Tür auf. Leon, Helena. Wenn Sie da drin sind, haben wir keinen Kontakt. Ich verfolge Ihre Bewegungen, aber seien Sie wachsam. Oh. Was jetzt? Da ist Sturm. Da darfst du nicht lang gehen. Schon fast gedacht. Wir müssen wahrscheinlich auch hier lang. Genau. Andere Seite. Ja, warte. Hier mal reinglotzen. Hm. Da kommen bestimmt gleich Zombies raus. Düster, düster. Da schlägt jemand. Nee. Mäuse töten bringt hier gar nichts. Oh ja. Von hinten, oder? Oh. Ach, du, hier ist schon wieder drauf. Oh, so geil. Ja, zum Einsammeln. Okay. Das war der Erste. Oh, heilen sollten wir uns vielleicht auch mal, ja. Tablettenkonsument. So. Oh, da hinten stehen einige. Und hier kommen auch einige raus. Boah. Boah. Ich muss mich da immer dran gewöhnen, dass die so springen. Ja. Etwas schneller, das Spiel. Ja. Okay, hier ist nichts. In dem Fall finde ich es super, dass man sich jetzt... Der Super! Oh, oh, ein Zug kommt. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh. Halleluja. War Schweiger war? Ja. ist wieder was zu sammeln ja schreit hier ich bin sorgen gemacht achtung köter oder wir hier und nein Nein! Westvieh. Fast draufgegangen, wir nehmen. Langsam könnte ich mal wieder was grün, so ein bisschen Grünzeug finden, wäre nicht schlecht. Köter hat mir jetzt einiges abgezogen. Ah, hier ist noch was. Oh, das ist ja du, Alter, hier gefunden. Kann man das alles zerstören hier, oder was? Ja, ja, die Kisten, ja. Okay. Ich kann meine zweite Waffe wieder nutzen. Vielleicht kommt bestimmt wieder ein Zug, oder so, ey. Könnte sein, auf jeden Fall sind da hinten nochmal, und hier auch. Ja! Ja, zukommt. Und ran. Oh, das war knapp, aber. Ja. Alter Vater. Hier liegt doch was. Was ist denn? Ich sehe nichts. Oh, du hast es schon aufgenommen. Wahrscheinlich. Hier ist es noch mal Muni. Schmeckt. Ja, wir sind immer noch auf dem Weg. Da sind wieder... Oh, was ist das denn? Brennende Zombies. Oh, da kommen ein paar. Ja. Oh, die sind alle. Oh, warte. Muss ich mal nachleiderisch machen. Aufpassen, dass wir da noch nicht drauf gehen. Ja. So. Das war es erstmal hier, ne? Ja. Kommen wir hier durch die Tür durch. Genau. So. Wo ist die Treppe hier runter? Und dann, liebe Freunde, ist es auch schon wieder an der Zeit? Folge vorbei? Ihr wollt wissen, wie es weitergeht? Wir auch. Und deswegen möchte ich mich an dieser Stelle bei euch ein fürs Einschalten und verfolgen dieses Let's Plays bedanken. Und falls euch diese Folge gefallen hat... Da hinten kommt übrigens noch ein Zombie, den müssen wir noch killen. Ja. Hinter uns auch. Ja, falls euch diese Folge gefallen hat, lasst eine Bewertung und ein Däumchen nach oben da. Und falls ihr noch nicht Abonnent dieses Kanal seid, lasst auf jeden Fall auch ein kostenloses Abo da. Würde uns auf jeden Fall sehr, sehr freuen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, meine Lieben. Immer schön lecker bleiben. Und... Und... Tschüss! Tschüss!